Willkommen bei Flirprimed. Mein Name ist Grant Coffey. Flirprimed ist eine Videoreihe mit Pfiff. Wir haben keine Zweifel daran, dass sie ihre Quelle für zukunftsweisende Ausbildung wird. Der Fokus ist auf den Praxisalltag, Best Practices und Feldchecklisten gerichtet, die Sie kennen müssen. Wir möchten Ihnen Werkzeuge an die Hand geben, die Sie sofort verwenden können. Ich bin seit 37 Jahren Feuerwehrmann, Gefarengutspezialist und Ausbilder in der Feuerwehr auf College-Ebene. Ich habe Feuerwehrleute, Polizeibeamte, militärische und Industriegefahrgut-Ersthelfer ausgebildet. Meine Referenzen beinhalten Notfallmanagement, Sicherheitsbeauftragter oder Brandschutzbeauftragter, Strahlungsspezialist und diverse andere ABC Hazmat Disziplinen. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. ABC-Ereignisse sind selten, das ist die gute Nachricht. Aber sie haben sehr starke Auswirkungen, das ist die schlechte Nachricht. Sie erfordern einen häufigen, gezielten und konzentrierten Schwerpunkt auf die Art und Weise, wie wir ausbilden, üben und noch wichtiger, wie wir lernen. Also was genau ist Primed? Es steht für Vorbereiten, Erkennen, Erfassen, Überwachen, Erfahrung und am wichtigsten Entscheiden. Es ist eine gute Abkürzung oder Checkliste, an die Sie jedes Mal denken sollten, wenn Sie zu einem Einsatz ausrücken. Tatsächlich ist es eine der vielen Checklisten und Hilfsmittel, die wir Ihnen am Ende jeder Episode zum Download anbieten. Vorbereiten bedeutet, diese Ereignisse sind so chaotisch und so erdrückend, dass die Vorbereitung vor dem Ernstfall erfolgen muss und sie sollte wirklich auf den Best Practices basieren. Nur dann können Sie sich auf das konzentrieren, was tatsächlich vor Ihnen liegt. Eine schnelle, grundlegende Bewertung der Situation ist lebenswichtig. Hineineilen, ohne den Grad der Gefahr und PPE-Anforderungen zu identifizieren, ist sehr gefährlich. Erfassen bedeutet, wesentliche Anhaltspunkte und Hinweise zu identifizieren. Sie sind wichtige Puzzleteile für das größere Gesamtbild. Ausrüstung ist nur ein Werkzeug und nur Teil des Bildes. Die Ausrüstung ist nur so gut wie das Wissen und die Fertigkeiten des Bedieners. Letzten Endes ist Ihr Gehirn das beste Werkzeug im Einsatz. Erfahrung Erfahrung ist wesentlich, sollte aber zunächst auf bewährter und getesteter Praxiserfahrung basieren und dann trainiert werden. Nur dann kann sie in Ihre guten Reaktionsgewohnheiten Eingang finden. Entscheiden Dies ist der letzte, aber der wichtigste Prime-Schritt. Erdrückende ABC-Ereignisse haben, wenn auch chaotisch übliche Muster. Einmal erkannt, können Sie den Weg zu einer sicheren Entscheidungsfindung unter Stressebenen. Erinnern Sie sich an die FLIR Prime Checkliste. Wenn also ein ABC-Ereignis eintritt, können Sie sich, Ihr Team und die Öffentlichkeit schützen. Ein Poster der Checkliste können Sie von flir.de slash primed herunterladen. Herzlichen Dank fürs Ansehen und besuchen Sie uns wieder bei flir.de für weitere Episoden von FLIR Prime.